Professor Sokrates 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 Frauen sind keine Hände, sie tun so doch nur zum Schein. Sie schauen euch mit sanften Augen an und können so herzlos sein. Nein, Frauen sind keine Hände und dennoch sind sie so süß. Sie schenken einem verliebten Mann auf Erden schon das Paradies. Nein, Frauen sind keine Hände und dennoch sind sie so süß. Nein, Frauen sind keine Hände und dennoch sind sie so süß. Nein, Frauen sind keine Hände und dennoch sind sie so süß. Nein, Frauen sind keine Hände und dennoch sind sie so süß.